Hallo Leute draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ihr habt es mitbekommen, es gab einen Attentat auf Stürzenberger. Es gibt dazu mediale Reaktionen und die möchte ich mit euch einmal besprechen, als auch Reaktionen, die ich im privaten Gespräch bekommen habe, zu denen ich einmal Stellung nehmen möchte. Ich glaube auch, das wird nicht das letzte Video zum Fall sein hier, denn unter anderem brauchen wir sicherlich eine versachlichte Debatte, aber das soll in einem anderen Video Thema sein. Ich habe mir die Reaktionen angeguckt und in der Presse ist mir eins aufgefallen. Gehen wir erstmal zur Presse, dann gehen wir zu den privaten Chats. In der Presse wird gesagt, ein Angreifer, ein Mann, ja, was habe ich noch gehabt, nicht der attackierende Angreifer, Mann, Täter oder irgendwie sowas. Was hier klar vermieden wurde, ist zum einen das Wort Islamist, mutmaßlicher Islamist, islamistischer Terrorist, mutmaßlicher islamistischer Terrorist. Ich will mich ja noch gar nicht zu islamisch sozusagen runterbegeben. Also bleiben wir beim islamistisch. Das fehlt mir hier und es wird auch immer sehr indirekt das Ganze betitelt. Ja, in unserer Demokratie darf keiner in einem anderen Gewalt antun. So ungefähr solche Sachen lesen wir ungefähr in dem Bereich oder ein Stich ins Herz der Demokratie. Hier werden aber nicht Ross und Reiter genannt. Und das fällt mir schon auf, man hätte schreiben müssen, der Islamist, der Terrorist. Das wäre richtig gewesen. Das sage ich jetzt zu, das behaupte ich jetzt. Ich muss fairerweise dazu sagen, natürlich kann man sagen, ja, das wissen wir ja gar nicht. Und man könnte natürlich jetzt sagen, ja, wir schreiben jetzt von einem Mann oder so, nur weil wir können es ja nicht genau wissen, dass es eine terroristische Attacke war, eine islamistische. Ja, klar, vielleicht hatten sie Streit beim Poker. Klar, verstehe ich die Argumentation. Nur bei rechten Tätern ist man da eher schneller bei der Hand. Das muss man auch dazu sagen. Da hat man solche Hemmungen nicht. Und zweitens ist doch die Wahrscheinlichkeit extremst gering, dass es so war. Ja, der Typ hat sich vorher aufgeregt, Stürzberger hat es gemeldet. Die Polizei hat also offensichtlich entschuldigt, wenn ich so sage, verkackt. Da irgendwie dafür zu sorgen, dass dieser Typ, nachdem der ja auffällig war, zu ihm vordringend an den Absticht, das muss man, denke ich, so hart erstmal sagen, nach dem bisherigen Sachstand. Und dann wird es wohl nicht die verlorene Pokerunde gewesen sein. Also ich glaube, hier könnte man es mal verantworten. Natürlich würde mir eine ordentliche journalistische Arbeit sagen, dass ich das natürlich noch nicht schreiben darf. Aber zumindest hätte man schreiben können, mutmaßlicher Terrorist. Es wird hier schon wieder ein bisschen weich gespült. Das fällt mir schon auf. Da ist man an anderer Stelle schneller bei der Hand. Also wir sehen hier wieder gute Opfer und böse Opfer. Und gute Opfer, nein, gute Täter und böse Täter. Das behaupte ich an der Stelle. Natürlich wird sich die Presse hinter ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht verstecken. Aber da muss ich halt auch fragen, ja gut, und warum gilt die sonst nicht? Warum gilt die sonst nicht? Hier auf einmal ganz ordentlich? Ja, okay. Nee, ich glaube eher, man möchte das nicht. Man möchte das nicht. Wir hatten gerade Sylt, das war so super, ne? Mit Sylt konnte man wieder so richtig die Nazi-Kolle raushauen. Jetzt kommt der blöde Islamist und sticht hier mehrere Leute ab. Das passt voll nicht ins Konzept. Das ist total doof für die Presse und für die Medien. Und für die Politik. Würden böse Zungen sagen. Ja? Dann habe ich noch Reaktionen gesehen, die auch klar ein bisschen Schuld zuteilen. Die Bild-Zeitung ist vielleicht vorgeprescht mit Aufklärung und Anführungszeichen. Mal ein Video mal angucken, ja? Und dann noch der Aufzählung, was er für Vorstrafen hatte, ne? So ungefähr. Dass man so ein bisschen das Gefühl hat, naja, selber schuld, die Sau, ne? Was macht er denn das auch? So ein miese, aggressiver Typ hier. Kein Wunder. So ein bisschen Mitschuld geben und den Vogel abgeschossen hat. Die eine Schlagzeile. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, wer es gesagt hat. War es reiner Wendt? Ich will das nicht hundertprozentig sagen. Aber irgendwer hat gesagt, da sind halt Extremisten aufeinander getroffen. Das Opfer wird also zum Schuldigen damit erklärt. Er ist ein Extremist. Ein anderer Extremist kommt. Ja, gut. Na, vorgehobelt wird auf allen Spänen. Dann stechen sich halt die Islamisten halt mal gegenseitig. Ja, aber es ist halt so, ne? Das ist hart, finde ich. Das ist Schuld zu weisen dem Opfer. Und das gefällt mir nicht. Und ich sage euch gleich im Anschluss auch noch, warum ich das für schlecht und undrefinanziert halte. Dann habe ich im persönlichen Gespräch und im Chat auch sowas gehört wie, naja. Na, das war die eine Sache. Und ich möchte hier demjenigen nicht an Karren fahren oder irgendwas behaupten. Ich versuche das noch zu wiederholen. Und der hat halt geschrieben, und ich denke, das war auch jemand mit Migrationshintergrund. Ja, wer immer gegen Islam hetzt und so. Ja, kein Wunder ist das passiert. Das, glaube ich, war jetzt nicht gemeint im Sinne von, hat er verdient, die Sau? Das, denke ich, war es nicht. Wohl wird es aber eine Menge Leute geben, die genau das denken. Davon könnte er ausgehen. Es wird eine Menge Leute geben, die sagen, ja, geil, endlich ist die Sau weg, der Scheißhetzer. Das wird es geben. Seien wir ehrlich, in den muslimischen Kreisen wird es das geben. Ich möchte immer wieder sagen, dass wir bitte eine differenzierte Sicht auf unsere Mitbürger anwenden. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Auch dazu werde ich möglicherweise noch ein extra Video machen. Nichtsdestotrotz, es wird in diesen Kreisen teilweise Freude geben. Das wird so sein. Und dann habe ich gehört, ja, er ist halt im Prinzip ein Demagoge, tut mir halt nicht besonders leid und war ja klar, dass es passiert. Irgendwann, wer immer hetzt, so ungefähr. Naja. Hier muss ich sagen, Vorsicht. Vorsicht. Also, was ist denn, nehmen wir mal jetzt das, was ich gesagt hatte, ja, wer immer hassen, hätte es verbreitet, so nach dem Motto. Ich habe ja auch geschrieben, es war wahrscheinlich, es ist passiert. Ich erkläre jetzt, was ich damit meine. Hass und Hetze, was ist das? Das müsstest du erstmal definieren. Das Problem ist nämlich, Herr Schürzenberger sagt vielleicht, das ist meine freie Meinung und ich darf das und wir haben Demokratie. Und jemand, der vielleicht sehr religiös ist, sagt, das ist Hass und Hetze gegen meine Religion, das geht gar nicht. Andere Einstellung. Deshalb haben wir ein Grundgesetz, deshalb haben wir theoretisch demokratische Regeln, wie wir uns verhalten. Und der eine sagt vielleicht, es ist Hass und Hetze, der andere sagt, es ist meine Meinung, ich darf das sagen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Und ja, es ist ja clever, dass es passiert ist, aber anders als vielleicht manche es meinen. Und das werde ich gleich versuchen, euch näher mitzugeben. Also, vielleicht kann man sagen, es ist Stürzenberger ein Demagoge, vielleicht ist er jemand, der hart überzieht, der hart provoziert. Ja, mag sein. Aber in einer Demokratie haben wir in der Theorie Meinungsfreiheit. Und in einer zivilisierten Gesellschaft würdest du sagen, der hat eine Scheißmeinung, das ist voll der Hetzer, aber es ist Meinungsfreiheit und Demokratie, soll er reden, ich sehe es halt anders. Aber in einer Demokratie gehe ich nicht hin und sage, der hat gehetzt, den steche ich ab. Das ist kein zivilisatorisches Verhalten. Das geht so nicht. Und egal, wie ich das sehe, was der sagt, das ist nicht der Weg in einer Demokratie. Das ist keine zivilisatorische Leistung. Wir machen das hier in der Theorie mit Worten, mit Diskussionen. Wenn einer hetzt, dann hetzt er halt. Dann ist es halt so, solange es nicht strafrechtlich relevant ist. Und ich kann aber nicht sagen, ja gut, war halt klar, dass es irgendwann passiert. Ja, ich kann sagen, es war klar, dass es passiert. Und wahrscheinlich, weil wir eine Menge Leute im Land haben, die eben diese demokratischen Geflogenheiten nicht haben. Deshalb war es wahrscheinlich. Also habe ich es auch gesagt, es war eine Frage der Zeit, dass es passiert. Weil wir lauter tickende Zeitbomben in diesem Land haben, die eben vielleicht nicht so nett sind, wie der türkische Gemüsehändler um die Ecke. Mit dem wir ein wunderbares Zusammenleben haben. Es war deshalb klar, dass es irgendwann passiert, weil wir sie tickende Zeitbomben haben. Das ist aber zu trennen von demokratischen Geflogenheiten. Und in diesem Fall, egal wie ich, das ist auch völlig egal, ich werde das hier überhaupt nicht bewerten und auch nicht meine Meinung zu Stürzenberger sagen. Weil das völlig egal ist. Als Demokrat gilt meine volle Solidarität Stürzenberger. Weil er muss das sagen dürfen, selbst wenn es nicht meine Meinung wäre, muss er das sagen dürfen. Und es kann nicht sein, dass jemand eine andere Meinung hat, sei sie noch so reißerisch und sich das als Begründung neben ihm abzustechen. Leute, die hier so ticken, sind in der Demokratie falsch. Jetzt trenne ich das natürlich von den Kommentatoren, die ich eben erwähnt habe. Die meinten das wahrscheinlich eher so im Sinne von, naja, kein Wunder. Aber natürlich, auch auf migrantischer Seite ist es sicherlich zu teilen, auch so, dass sie sagen, naja, der hat schon ganz schön gehetzt, so nach dem Motto, selber schuld. Nee, so sollte es nicht sein. Ja, er hat provoziert. Trotzdem, eine Provokation darf nicht dazu führen, dass wir jemanden abstechen. Überlegt euch mal, mit der Argumentation würde ein Querdenker losgehen. Und dann würdest du sagen, ja gut, der hat so gelitten in der Corona-Krise, die haben die so fertig gemacht. Ja, war doch klar, dass es passiert, ne? Glaubt ihr, sowas könnte man machen in der Presse? Ich glaube nicht. Ähm, also das finde ich sehr schwierig und deshalb gilt als Demokrat, weil die Meinungsfreiheit mir über alles geht, hier meine volle Solidarität, Stürzenberger. Ob das Gäze war oder nicht, spielt keine Rolle. Er muss seine Meinung frei sagen können und es ist nicht erlaubt und nicht legitim, ihn für eine andere Meinung, die man nicht teilt, die man beleidigend fühlt oder empfindet, abzustechen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt eine ganze Menge Leute, die wollen das nicht. Und unsere Politik will das auch nicht. Unsere Politik ist ständig am Hetzen gegen die böse AfD und die bösen Rechten. Und da gelten die Regeln dieser demokratischen Gesellschaft eben nicht. Und wie man der AfD so schön vorgeworfen hat, ihr habt mitgestochen, könnte man genauso zur Politik gehen und sagen, ja, ihr habt auch mitgestochen. Weil ihr habt den Boden dafür sozusagen bereitet, dass Leute, die kritisch denken, immer von der Mehrheitsgesellschaft verächtlich gemacht werden, diskriminiert werden etc. Und dass man faktisch eigentlich auch immer mehr oder minder indirekt zu Gewalt aufruft. Das sind halt nicht die Demokraten. Die sind halt nicht so richtig Menschen wie wir anderen. Und das gilt eben für Kritiker des Islams genauso, weil du siehst ja, Kritiker des Islams werden mit Volksverletzung überzogen. Das ist nicht gewollt. Und wir haben also eine Politik, die genau diese Dinge hier fördert im Lande. Und die das genau will. Und alles, was da oben jetzt kommt, sind Lippenbekenntnisse. Frau Faeser und der Scholz haben sich tatsächlich geäußert. Sie konnten wohl nicht anders, nachdem es durch die großen Medien hier gerutscht ist sozusagen. Unterm Deckel halten konnte man es wohl nicht. Da musste sie sich wohl mal äußern. Aber auch natürlich eine relativ sachten und netten Form. Da hat keiner gefoltert und gesagt, wir müssen den islamistischen Terrorismus in Europa ausrotten. Sturm von Chile und so. Hätte man ja auch eine harte Reaktion machen können. Nein, sowas hat keiner gesagt. Eher so, ja, Gewalt geht nicht und so. Na, la, 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 la. Also eher so die sanfte. Also ich wäre mal für ein paar direkte, klare Worte. Sowas wie islamistischer Terror gehört nicht zu Deutschland. Und Meinungsfreiheit gegenüber alles. Tralala, tralala. Sowas halt vielleicht. Ein paar klare Worte wären mir lieber gewesen. Aber das kann man von unseren politischen Ranzen, die das hier fördern, natürlich nicht erwarten. Weil eigentlich, eigentlich interessiert sie der Stürzenberger gar nicht. Eigentlich freuen sie sich wahrscheinlich zu teilen im politischen Establishment, wenn er weg wäre. Aber das können sie nach draußen natürlich nicht sagen. Also so eine halbgare Entschuldigungsgeschichte hier machen. Ja, das ist so meine Wahrnehmung. Von daher sage ich, wir können Stürzenberger keine Schuld geben. Denn er hat auf der Meinungsfreiheit gepocht. Oder auf die Meinungsfreiheit gepocht. Sich darauf berufen. Vielleicht hat er sehr provokant gearbeitet. Und vielleicht demagogisch. Das mag durchaus sein. Vielleicht sehr over the top. Aber er muss das einer Demokratie sagen können. Und deshalb kann es nicht sein, dass er jetzt mit zum Teiltäter. gemacht wird. Das ist meine Meinung. Ich kann erklären, dass es dazu gekommen ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine andere Geschichte als eine Schuldzuweisung. Gut. Sei es drum. Wir werden hier zurück gleich noch eine Menge machen. Ich werde heute Abend auch nochmal einen Stream aufnehmen mit Karl. Auch bisschen böse. Bis dahin werden wir noch mehr wissen. Bis jetzt weiß man auch noch nicht, ob alle Opfer überleben werden etc. Auch die Polizeiarbeit. Da kann man nochmal drüber reden. Aber an der Stelle zu den ersten Reaktionen in der Presse. Und zu teilen ist es in der Presse wirklich erbärmlich. Da versucht man wirklich noch Schuld zuzuweisen. Und das lehne ich aus diesen genannten Gründen jetzt einfach mal ab. Nichtsdestotrotz. Bleibt in eurer Mitte. Bleibt differenziert. Wir werden eine sachliche Diskussion brauchen über viele Dinge. Dazu im nächsten Video mehr. Aber was es nicht nützt ist, einen blinden Hass zu verfallen. Das sage ich halt auch. Sondern eher klar, fokussiert, rational. Auch wenn die Emotionen jetzt natürlich peitschen. Das ist bei mir auch so. Das ist eine Sache, die emotionalisiert. Weil du ja auch damit rechnen musst. Wen erwischt es denn als Nächsten? Erwischt es mich vielleicht mal? Weißt du nicht, ne? Könnte ja theoretisch passieren, ne? Wenn man auf einer Demo rumläuft, dass da irgendein Irrer komplett wegstecht. Der Punkt ist ja, es kann ja überall sowieso schon passieren, wegen der Alltagskriminalität. Und jetzt eben auch noch speziell, wenn du irgendwie Kritik an Religionen übst. Und so differenziert ich das versuche auch zu sagen und wirklich auch versuche, meine muslimischen Freunde davon zu trennen, von diesen Leuten, muss ich dennoch aber eben sagen, dass man hier nicht sagen kann, Deutsche tun das auch oder Christen tun das auch. So einfach kann man es, glaube ich, nicht machen. Vielleicht gibt es mal Einzelfälle. Die gibt es sicherlich, ja. Klar, die gibt es. Aber sie sind in Relation selten. Das muss man, finde ich, fairerweise sagen. Also hier mit einem Breiweg oder so zu argumentieren, das ist schwierig. Weil die Verhältnismäßigkeit in den Zahlen meiner Ansicht nach einen solchen Vergleich nicht zulässt. Gut. Sei es drum, bleibt in eurer Mitte. Wir sehen uns zunächst wieder. Wenn ihr das Video mögt und wenn ihr auch eine differenzierte Sichtweise mögt, bitte teilt das Video Daumen hoch. Und wir sehen uns zu diesem Thema mit Sicherheit noch ein paar Mal wieder.